Jiiiiiio, was geht denn herzlich willkommen zu einem neuen Overwatch Ich habe es schon geladen, wir brauchen einfach nur starten Ich habe es gerade gestartet, aber habe gemerkt, dass ich die Aufnahmen gar nicht anhabe Ja, das ist natwmlich sehr schnell. Wow, er dreht sich schon mal in einem Kreis Es ist realsELie Er hat schonmal keine skins Wie kann der mich zum Spielen einladen, wenn ich offline bin? Okay, der rennt mit Messer durch. Okay, warte, ich muss mal zweites Headset aussetzen. Der rennt mit Messer durch. Also ich glaube, das ist mal wieder ein bisschen Griefing dann. Oh ja. Okay. Okay. Ganz gut. Also er kauft schon mal nichts außer Zeus. Okay, okay, okay. Er steht aber 9 zu 8. Okay, aber sie liegen hinten. Warte, dann werden wir mal gucken. Dann werden wir mal gucken. Wie mache ich jetzt das Bild da oben weg? Okay, jetzt so. Der eine hat minus 2,8. Und der Lamp, der dreht sich im Kreis. Ich bin auf jeden Fall schon mal das AFK-Script an. Aber der hat ein anderes an. Der hat auch noch Forward an. Der hat Forward und Rechts an. Okay. Okay. Ja gut Leute, also. Da kann ich gern vorspulen. So. Der ist halt am Griefen. Oh hey, der steht schon wieder auf. Warum? Ähm. Mach den Knife. Mal wieder ein schöner Creeper. Mal wieder ein schöner Creeper. Mal wieder ein schöner Creeper. Wahrscheinlich ist er normal nicht so schlecht. Krieg jetzt aber auf die Schnauze. Ist das halt mad und macht halt auch gleich die Gangs. Ah ja, okay. Okay. Er killt sich selber und gibt den anderen Damage. Alles klar. Ja gut, da wollen wir uns gar nicht mehr drüber aufregen. Ja. Also der. Hallo? Der Creepert. Warum gar nicht mehr weiter gucken. Der kann noch hacken oder sowas. Ist mir egal. Der kriegt auf jeden Fall. Äh. Halt. Ne. So. Auf jeden Fall Creeping gedrückt. So. Jetzt machen wir ein sehr sehr kurzes Overwatch. Machen wir gleich nochmal eins. Machen wir gleich eins hinterher. Ah ja. Ah ja. Hallo. Blob herauf. Blob herauf. Hallo. 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 Als bin ich mad. Oder muss man dazu online sein? Ich leide ich hab keine Ahnung mal hier. Normalerweise ging da jetzt immer noch nochmal das Fenster auf. Gab bislang noch keine Probleme? Nein. Nein. Gut. Also CSGO will irgendwie nicht. Dann sag ich mal tschüss. Und bis zum nächsten Mal.